Man muss zumindest versuchen, zu beschreiben, was man nicht verändern kann. Und das nächste Stück heißt Hört auf. Das Geld hat die Macht und zerfetzt damit die Welt, das Geld versorgt auf unser Meer. Geld schafft, Nahheit, Hass und Krieg, auch Kosten unserer Natur. Und ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, doch ist es leider so. Und ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, doch ist es leider so. Hier auf dieser Welt, da sterben täglich viele Kinder und nur weil sie nicht zu essen fahren. Ihr verbrennt den Weißen, ja, und das nur wegen Geld. Ihr solltet euch im Grunde und Boden schämen. Ihr, wie ihr da über Leichen geht, was ist das für ein grausames Spiel? Ihr, wie ihr da über Leichen geht, was ist das für ein grausames Spiel? Und ich weiß, dass das für ein grausames Spiel ist. Und ich weiß, dass das für ein grausames Spiel ist. Und ich weiß, dass das für ein grausames Spiel ist. Hört doch endlich auf uns, nur mit uns zu halten, nur hört doch damit an. Ihr lügt wie ein Tod und verbreitet unsere Angst, ihr lügt, was das Zeug hat, der Plan. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht. Und wenn einer mal die Wahrheit spricht, wird er gefolgt oder ungebracht.